Und damit ein kotiges Willkommen zur dritten Folge von RANGE SIMULATOR, aber JARTS und ich würde uns jetzt wirklich erstmal starten, wir haben jetzt zwei Nächte durchgemacht, jetzt ist aber auch langsam mal gut. Ich hab Scheiße aufgesammelt. Oh, ich leg mich hin, oh, komm her, oh ja, vergeht die Zeit jetzt schneller, oder? Weiß ich nicht. Irgendwie vergeht die Zeit nicht, oder? Ach, ist das, ist das jetzt vielleicht nur so gedacht, man kann gar nicht irgendwie so schlafen in dem Spiel? Ich hab keine Ahnung, wie das... Weil, so wirklich hat das jetzt nicht funktioniert. Ja, weiß ich nicht. Oh, da hinten, die Tischsäge lief hier hinten die ganze Zeit noch. GG, oder? So. Na ja, ich mach hier mal weiter. Wir sind in der letzten Folge auf jeden Fall da stehen, dass wir jetzt mit unserer Scheune fast fertig sind. Äh, Justin scheint, wie es aussieht, ein Dings bauen zu wollen. In einem besseren Hühnerstall. Ja, warte mal, ich bin äh, wenn gleich wir da, ich guck einfach mal, ob man hier irgendwo Eisen herbekommt. Okay, also verlässt du jetzt kurz die Farm, oder schaust du auf Wikipedia? Ne, ich verlass die Farm. Okay. Also, nachgucken ist äh... Muschi. Ja, man kann's machen aber nicht. Das ist erst mal die letzte Option. Ja. Ey, bin wieder umgekippt. Karre, Mann. Die ist gut, die ist high-end. Ja, warte mal. War einfach mal zum Baumarkt. Vielleicht haben die ja irgendwas. Na, ich denk mal, oder? Äh, es wäre... Es wäre das Sinnvollste, wenn die was hätten, ja. Eigentlich ja schon. Das heißt ja nicht, dass sie was haben. Äh, aber es wäre vom logischen Nachdenken her das Beste. Äh... Übrigens war ich am überlegen, vielleicht mal Kingdom Come Deliverance zu starten. Aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Mal gucken. Ich geniessen mein Urlaubstag. Äh... Äh... Ja? E von... Colormachine. Okay. Was? Artmaschine? Oh, nein, das wollte ich... Oh, jetzt hat der ein Partmixer gekauft. Ne, ich hab ne Farbdose gekauft. Bei mir stand da Farbmixer. Digga, das wollte ich gar nicht. Super, Justin. Äh... Ah, Metallplatten. Aha. Scheiße. Äh... Er hat AA gesagt. Baumarkt. Uuuuuh. Baumarkt 300, na toll. Ja, wir haben jetzt gerade mal 30 Metall durchbekommen. Also... 10 Metall kosten 100. Äh... Also nicht, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, Metall aufzutreiben. Na, ich denke mal dann durch Eigenwirtschaft. Ja, wie willst du Metall anbauen? Nein, vielleicht irgendwie Miner oder so. Ja, hier gibt's keine Minen. Doch. Die Minen von Moria. Ja. Digga, ich sperr dich gleich in meine Säureminen. Äh, äh, nein. So, okay. So, das wird ja wohl reichen. Ja, aber wir bauen damit zuerst den... ...den Hühnerstall, weil, äh, die Scheine brauchen wir ja noch nicht. Na, ich brauche nur zwei Metallplatten, wenn dann. Ach so. Ja, okay. Einen für jede Tür. Weil die Planken habe ich jetzt schon. Wo brauche ich denn jetzt gerade hin, Leute? Oh leil, da wollte ich gar nicht hin. Ah, super, Justin. Egal, geh ich halt noch mal tanken. Ich bring mal, ähm, die Tischsäge zum Stall. Ja. Weil wir brauchen die da... Oh, ich seh dich da hinten und bald leuchten. Egal. So. Äh, ähm, ja, also... Oh! Die haben noch mal Köttelchen gelegt. Nice. Komm, und dieser... Ey, man kann die sogar sammeln. Ach so, ne, du musst... Ah, ne, du musst die entfernen, okay. Mal. 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 Äh. Nicht aus. Ähm. So, jetzt ist die Frage, haben wir... Hat es aufgehört zu tanken, weil wir kein Geld mehr haben? Oder... Ah, ne. Wir haben noch 23 Dollar. Ah, Mensch. Nicht schlecht. Äh, Wassertrog. Den hier brauchen wir, glaube ich, oder? Ja, wir haben auf jeden Fall einen. Echt? Ja. Wo denn? Der gelbe. Der steht, glaube ich, in der Garage. Nee, ich meine für die Hühner. Ach so. Dann haben wir keinen. Weil wir brauchen ja für, äh, die Hühner brauchen wir ja. Holz. Ah! Ey. Warte mal, hast du nicht gesagt, wir haben 30 Metall gekauft, ne? Ja. Wir brauchen aber bloß 35. Ja, eben. Aber trotzdem sind wir ja näher dran. Ja. Wir sind dann nur noch 5 entfernt. Hm. Äh. Also! Hä? Ich glaube, das ist auch nicht so gesund für die Hühner. Der Lärm und der ganze Motor und so. Was machst du denn? Echt? Oh, nein. Hä, wieso? Ich habe jetzt mal das Metall hier schon komplett reingemacht. Äh. Die Tür spielt jetzt erst eine zweite Rolle. Ich kann dir nicht mehr weg. Wie? Wie? Du kannst den nicht mehr weg? Hä? 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 Das ist guys hier. Lass die Mucke aus. Nein. Geh weg. Ach, die sind nicht verhalten. Was ist das? We're going on a trip to a place Koza. Geh weg. Aua. Ah, Autobahn ist das. So. Na, jetzt haben wir ja schon mal. Ja, warum ist es eigentlich so dunkel? Warum ist die Nacht dunkel? Kann ich dir nicht sagen. Keine, kein Eier? Oh, wie sieht es eigentlich mit den anderen Hühnern aus? Eier eben, die haben eben hier drin. Na, naja, noch nicht ganz. Vielleicht sollten wir den aber trotzdem zur Presse hergeben. Kann ich eigentlich den Briefer von Opie, darf ich den... Ah, okay. Ah, okay, jetzt ist er weg. Ist kein Briefer von meinem Opa entfernt? Ja. Du Schwein. Das war mein geliebter Opa. Nein, Justin, nicht erschießen. Erschießen nicht gut. Haben wir in der ersten Folge gelernt. Gut, aber... Muss er irgendwie eine Möglichkeit geben, einen wiederzubeleben? Ja, ich denke mal, die musst du irgendwo kaufen. Oder? Ich habe noch, ja, nirgends so einen Erste-Hilfe-Kid gesehen. Ja, oder? Nein, mich nicht erschießen. Nein. Wir müssen das testen für die Community. Nein. Geh weg. Geh weg. Schießerei. Ich glaube nicht. Du triffst mich einmal und ich bin... Ach so. Ja, genau. Du musst einfach nur die Waffe aus der Hand nehmen. Dann musst du eh drücken. Genau das dachte ich mir nämlich. Ey. Okay, okay, okay. Genug. Genug Spielereien hier. Nein. Geh weg. Oh. Yeah. Man, du triffst mich nicht. Justin. So, wir werden erst mal nachladen. So. Äh. Ah, da bin ich wieder. Kann man vielleicht direkt anzurennen, Alter. Zum dicken Mann. Ach so, man sieht den Namen von dem Ort wo oben. Scheiße. Oh. Alter, der Helpte haben wir schon mal. Ist ja schon die erste, die erste ganze Folge ist oben gepixelt. Ja. Ach nee, es war erst die zweite Folge. Zweite Folge. Hä? 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 Was denn? Na ja. Ich weiß nur, wie du dich katapultieren kannst. Digga, das habe ich doch schon vorhin gesagt. Mir egal. Öffnet die Tore. Und Minas Thierry. Ja, mach dich mal nützlich und ein paar Eier verkaufen. Okay. Warte, wo ist es? Wo muss ich dafür hin? Zum Laden, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du auch zu McDonalds kannst oder Eier verkaufen. Ah, glaube ich nicht. Ich glaube, die brauchen das nicht. Ja, Mann. Erster Musik hören. What? Ah! Äh. Kriege ich gleich GTA-Vibes. Oh. Oh, neues Let's Play angekündigt. Ach, nein. Ich bin ungekippt. Warte, Mann. Nein, kein neues Let's Play. Wenn dann nur so, wenn dann nur Karten. Alter. Hab ich schon mal Google-Webs durchgespielt? Ja, Mann. Ach, der Laden hat zu. Was haben wir heute? Ach, Mann. Der macht erst um acht auf. Heute haben wir Südosten. Ah, okay. Alter, die Mucke. Ah. Alter, ich kriege gerade The Forest Flashbacks. Warum? Weil ich hier alles abholze. Oh, ich habe alle unsere Eier gerade kaputt gemacht. Der Hühnerstelle. Wir müssen jetzt erstmal von Eiern leben. Ja, wir müssen expandieren. Eierchen. Ja. Nein, nein. Bleib drinnen, du Hohenzohn. Ey, ey, ey. Andre, wir brauchen Essen. Warum? Hühner essen. Ach, du. Hühnerfutter meinst du? Ja. Okay. Wow. Kann ich auch einen vielleicht kriegen? Ja, also fahre ich jetzt nochmal zum Land und holen Hühnerfutter. Mal gucken, ob wir uns das leisten können. Ansonsten. Ja? Ja, weil die Waffenautomatik kann man ja nicht mal normale Züren öffnen. Hä? Alter, hier ist unser Huhn, was schnell weggelaufen ist. Ach so. Nein, auch am Portoße und am Pongern. Ah. Wir kümmern uns so gut um unsere Tiere. Ich weiß ja nicht, was mit dem passiert ist. Ähm. Eierkordwassertank. Elektroschocker. Elektrische Wurst. Blauschimmel. Stahleimer, Stahleider. Futter und Wasser. Wir brauchen viel Futter und Wasser. Na, Wasser, Wasser kommen wir nicht ran. Wie kommen wir nicht ran? Na, ist zu teuer. Hä? Ich habe jetzt einen Sack Weizen für uns. Also hier für die Hühner. Ansonsten haben wir aber auch, weil Wasser kostet einfach 30 Dollar. Aber Wasser kriegst du eigentlich aus dem Wassertrog. Okay, pass auf, dann bleibt es nur noch eine Möglichkeit. Unerschließend. Nein. Ah. Na, wir können das Fleisch verkaufen, glaube ich, ne? Ja. Deswegen sage ich ja ja entgegen. Deswegen habe ich ja von Anfang an Tiere getötet. Ha. Du Monster. Ja, das muss einfach sein. Wenn du überleben willst, dann musst du entweder Tiere töten oder... Das andere kann ich jetzt nicht sagen, weil wir auf YouTube sind. Na. Ach, ist egal. Ich mache es trotzdem Frauen vergewaltigend. Ja, ey. Das ist ja nicht mein Channel. Hä, wo sind unsere ganzen Hühner hin? Hä, ja. Hä, wie? Na, es ist kein Huhn mehr im Hühnerstall. Natürlich. Nein. Natürlich sind die da noch drin. Nein. Doch. Sind sie nicht. Ja, nur weil du ein blinder Hohansohn bist. Hallo. Hallo. Ah, jetzt sind sie da. Ja, siehst du? Ja. Könnte essen. Und keine Ahnung, was stehen im Wasser machen. Ey. 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 Lass dir das Hut los, Mister. Niemals. Ich werde auch den... Ah. Harry. Ben. Lass uns abhauen. Ja. Warum hast du das nicht in den Hühnerstall gemacht, Basti? Hä? Die können das auch draußen essen. Ja, aber... Ja, draußen lauft die doch weg. Mir egal. Mir ist egal, werden sie eingesperrt. Ey. Aber haben die sich das Wasser aus dem Eimer geholt? Nein, natürlich nicht. Oder? Weil der Eimer war ja leer. Echt? Ja, also wo ich den rausgeholt habe, war der Eimer ja leer. Ich musste den dann mit dem Wasserdruck neu auffüllen. Kann sein, dass die sich was genommen haben. So, warte. Ich, äh, versuche schnell... Nein. Ah. Diese Musik. So, ich versuche schnell irgendwas zu jagen. Äh. Ich habe aber mehr Schutz. Denkst du nicht, ich sollte das machen? Ey, inwiefern hast du mehr Schutz? Nein, ich habe dann mehr Schutz im Revolver. Wieviel hast du? Äh, warte. Ich habe... Warte, wenn ich jetzt hochrechne, habe ich genau, äh, 74 Patronen noch. Digga, warum? Na, weil ich von Anfang an nichts verschossen habe. Hey, aber ich habe am Anfang an, ich habe am Anfang bloß, bloß nichts bekommen. Naja, du hast ja dann noch neue Munition gekauft. Ich denke mal, die hat sich schon aufgeteilt zwischen uns. Wow. Ja, ist egal, ich, ich brauche, ich brauche nicht viel eigentlich. Ich meine, du brauchst, glaube ich, drei oder vier Schuss für, für so einen Hirsch. Ja, na, dann, dann, dann komm du mal wieder zum, ach so. Na ja, dann passe ich mal auf, dass die Hühner nicht abhauen. Ja, und du vielleicht, äh, gucken, dass, dass noch ein paar Eier rankommen oder noch ein paar Bäume fällen oder so, oder vielleicht schon mal ein bisschen Ordnung machen, den scheiß Zaun weg oder so, der was auch. Ja. Ein bisschen nützlich. Wäre halt, wäre halt cool, wenn wir Dings bekommen würden dafür. Was? Na, Holz oder so, wenn wir sowas entfernen. Ja, das wäre praktisch. Warum lauft ihr alle wieder zurück in den Hühnerstall? Ich hab euch doch zweißelah hingetan noch. Ja. Warum nicht? Das hier, Alter. Wo bin ich hier? Ach. Hä? Wo geht's hier hin? Ich seh einfach durch. André war schön mit dir, aber ich mein, zur eigene Form irgendwo in den Bergen auch. Ja, ich seh's, wo du dann fährst. Hä, hier ist ein Haus. Hä? Ist gar nicht auf der Karte markiert. Vielleicht ist das ein Secret. Have you lost a chicken? Hä? Hä? Unhappy chickens found around midnight at Belmont and forth on Friday, 7th of July. Hä, Digga. Okay. Aber. Alter, was? Alter! Was? Hä? Kann ich das aufnehmen? Gib mir das. Ich denke, hier liegt der Sniper. Hä? Aber ich kann's nicht aufnehmen. Hä? Hä? So, ich hab die Hühner mal wieder eingesperrt. Ja. Hä? Digga, ich... Ich bin die Sniper. Ey, warum kann ich das nicht aufnehmen? Okay. Äh. Okay, ich bin... Ich weiß nicht ganz genau, was ich hier gefunden habe. Oh. Okay, warte mal. Ich weiß nicht, ob nur ich das aufnehmen kann, oder ob du das aufnehmen kannst. Aber, äh... Ähm... Ähm... Du hast zwei davon getötet, also... Ja, aber Wolfslech ist garantiert teuer. Ja, zwei Wölfe ergibt einen Hund. Ah. Digga, au! Au! Au, alter, hab ich mich hier so schrocken. Nein! Lass mich doch auch... Noch ein Wolf, oder was? Ja. Achso, hast du noch Munition? Oh. 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 Ja. Äh. Ja. Habe ich. Oh. Ja. habe ich jetzt drei wölfe getötet das ist ja fast schon ein horrorspiel hier aber nur draußen kommen wir mal entgegen bin schon dabei wir treffen ja weiß ich wo bist du da also ja so was willst du mir jetzt zeigen aber das ist ja ein bisschen verdächtig wenn eine frau wenn eine frau die waffe nicht nehmen dürfte aber ich denke da eher an haus kann nehmen und dann krieg ich die auch oder so äh nein was habe ich aber ich habe gerade irgendwas genommen irgendeine lampe hier ist ein mieser beschossener otter Junge hier hat er doch ein ausgestopftes Eichhörchen hier sieht man Honig auf irgendwie ein mieser vergewaltiger Hütte nein bitte nicht hör auf hä hä warum nachladen nach jedem Schuss puh nein 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 ja jetzt erstmal Fleisch verkaufen ich hoffe das ich glaube da naja ich meine du kommst ja direkt am Laden raus alles los dann nehme ich erstmal ein Dip von meinem coolen Wasser naja stay hydrated Alter mit der Musik aus meine Kamera dreht durch Junge wirst du keinen First Person nee Junge warte ein Hoch das diese diese Mechanik in dem Spiel gibt dann hätten wir das auch schon dreimal vergessen ja warte mal hier ist die Tanken nee das ist nicht hier ist nicht willst du ja auch der was natürlich zu hat naja weil ich so Early Access ist es man hallo nein weil hier läuft oh mein Gott na ok aber ich habe das Gefühl wir sind die einzigen die hier leben ja na ne die komischen Typen da die was ein bisschen aus Stein gemeißelt da drin rumstehen ach ja stimmt ach ne warte mal ich kann nein du musst ja hier hinten ja ich weiß i will verkaufen please wait aha 6 mal Wildfleisch 90 Dollar wuhu wir können uns Metall leisten nein nein kauf kauf fucking Wasser und erstmal ja warum Wasser was äh Wasser kriegen wir auch aus dem Trog so habe ich es doch schon mal auf ja aber haben die das auch getrunken das weiß ich nicht ja soll ich jetzt erstmal einen Sack Weizen kaufen ja kauf 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 Ich hab... Das Killer Hühnchen. So, das Essen ist bei denen drin. Wir brauchen Metall. Und wenn wir... Das Gute ist, wenn wir jetzt ein Metall kaufen, können wir den Schuppen fertigstellen. Und die zwei Türen. Ja. Aber das brauchen wir halt was machen. Ja. Ich weiß. Naja. Nevermind. Hab eine Frau geschossen. Bang, 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 bang. Naja, ich belebe es mal wieder. Jetzt speichere ich noch schnell ab. So. Ach, nö. Please, do not. I don't associate with this. Aua! Nicht! 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 Nein! Nein! Ha-ha. So! Au! 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 Nein, nicht drüber fahren. Alter, mit der Mucke. Die Mucke ist ewes. Aua. Au. Jetzt ist doch gut. Man Memo, ey! Hä? Ey, auf. Ja, okay. Dann muss eins der Hühner sterfen. Oh shit! Drei Eier. Okay. Das wird jetzt gefährlich, André. Digga! Nein! Junge! Was? Ey! Digga, ich will jetzt! Ah! Okay, so. Nein, nein! Lass zu! Digga! Oben! Okay, das ist sicher. Das auch! Das auch! Was machst du da? Ich weiß nicht. Entfernen. Das ist ja so. Ich weiß nicht, ob du das bringt. Ey, Junge! Ah! Ah! Nein! Ich habe auch zu sehen, FF-Gudrückt. So. Das ist ja ein fetter Blutfleck, ey! Bist du den auch? Nein! Ah! Nein! Geh weg! Mörder! 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 Ah! 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 Meine Lenden! Ah! Ah! Ich... Ich will ausmachen? Hey! Nein! Ah! Meine guten Sandalen! Meine Birkenstock! Jetzt, um deinen Tod zu verschleiern? Baumstämme oben drauf, stimmt's? Ne, ich wollte eigentlich ein Haus auf dich drauf, wenn es geht. Achso, wegen den ganzen Stämmen innen. Aha! Hallo! Hä? Ah! Ah, okay. Warum rennt denn der? Hallo, Hilfe! Ja, weil... Ich weiß auch nicht, die... Du rennst immer so eng. Wahrscheinlich einfach bloß, damit du schneller von der Gefahr bekommst. Ne, was macht... Was macht mein Charakter denn? Ja, wirklich nicht. Der... Der... Der ist selbstständig geworden. Jetzt. Okay. Wer geht Eier verkaufen? Digga, wir haben erst drei Eier. Lass uns mal... Lass uns mal ein bisschen... Hallo? Also... Na ja, gegessen haben sie Eier und Wasser trinken sie auch. Okay. Guck mal, hier sind... Hier sind noch mehr Eier. Okay, zu trinken scheinen sie auch. André, hier sind noch... Hier sind noch mehr Eier. Ups. Ja. Hol schon eins. Äh... Wo denn? Ach, hier. Ah! Ach so, ne, ok. Nein! Jetzt haben wir ja schon ein paar. Sobald ich hole erstmal die Hühner wieder rein. Stell dich deiner Gefahr! Digga, warum denn immer? Ich hab dich hinkgerichtet. Ah, ich mein schon, wenn wir hier genug Munition haben, dann wird's hier ein riesiges Blutbad. Oh Gott! Hui! Das sind... Ey! Cheap! Was? Du willst Haus? Das sind... Das sind abgeschlossene Aufgaben. Ja, das steht aktuell. Ach so. Ja, aber... So irgendwie... Jetzt noch ne Aufgabe geben. Nein! Nein, die Quest ist abgeschlossen. Ab jetzt sind wir am freien Spiel. Ja, dann aber ich mein, das muss ja für irgendwas jetzt noch Belohnungen geben oder so. Nein! Ja. Oder... Oder halt während wir auf der Karte unterwegs sind. Wahrscheinlich... Hier steht ein Haus. Da steht ein Haus. Hier steht noch ein Haus. Ich denk mal irgendwo... Ich denk mal irgendwo... Wird's schon Aufgaben geben noch. Vielleicht geben dir auch diese Verkäufer ne Aufgabe. Na ja. Never mind. Dann wünsche ich euch auch damals für die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und... Tschüssi! Tschüssi!